Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Here I'm John Godwin. godwin i came from nigeria and i have been australia since 2004 i was born 1986 first year in 1986 in benis city edu state since 2004 i have been in the on on this life here in vain in australia but to copy the glory today i am here in my stands in my store in noelike feeders russell house number 250 in viana 16th district yeah so you know i don't remember the the past tense why is the past bad is the past bad yeah it's bad bad it's bad it's rugged yeah that is rough it's not good the past i don't talk about the past you'd like to talk about the future the future i'm going you know something and what are the data mean you know something yeah yeah it's what it is what matter is the it's not the past it's not smart yeah my professional is flesh flesh shower i wish i want to marry i can pick any woman white woman or black woman to just marry very easily but my lifestyle is not like that i don't need that and i want god to choose for me on a very good day it will be like a dream you understand and then i will marry one wife finish is finish finish finito it's not to wife i cannot marry two wife my dream by the special grace of god almighty god i will get married here because i love austral i will married here have my children how many children by the grace of god at least three or four children is okay for me from god is it's not by my power then they will be educated well trained well-learned and are you are you happy right now sure of course i'm happy all the days of my life because a living praise the lord if you have us that no but although you know we are human beings sometimes you you sad sometimes you sad but in the other hand we don't need to be worried we don't need to be sad or never worry it's no it's unfair because who lives a living man praise the lord praise god you know some who have dead who have died is that forever no more coming back a dead man cannot praise the lord they cannot praise you know a dead man cannot shake you you know start i mean as soon as i'm alive today i need to praise god and i need to thank my god money is cheesy for me money is cheesy you know what i mean but you still need money yeah 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 i still need money back what important is it's your head when you are okay when you are sand you go to the okay a good example i am okay i am sand that is why i i i come here this morning i come here this morning because you're not sick i'm not sick i wish i am sick i would be at home if i have a milieu beside me when i'm sick i don't know if i have a milieu beside me you know what i mean you want Du sagst, wir haben keine Macht wie Gott, Gott hat die Macht, was können wir tun, was können wir tun und wie können wir lernen, wie können wir Gott imitieren, weil wir versuchen, Gott imitieren zu tun, aber es ist noch nicht klar, was können wir tun, was können wir tun? Als ich bereits erwähnt habe, die Bibel zeigt uns, wer Gott ist und according zu unseren Möglichkeiten, wir können es imitieren. Ja, viele Kunden kommen hier, viele sind von Nigeria, es ist nicht nur Nigeria, aber auch die ganzen Afrika, Kayaan, Ghana, Nigeria, Äthiopien, die normalerweise kommen hier, um zu kaufen von mir zu kaufen und ich empfehle, dass ich alle von ihnen liebe, denn es ist so easy, zu haben, wie diese Miten, ich kann es nicht alleine essen, ich kann es nicht alleine essen, ich kann es nicht alleine essen, aber die normalerweise kommen hier und kaufen von mir, ich empfehle, einfach nur Ghana, Nigeria, die ganze Afrika, die kommen hier. Kannst du uns etwas über John erzählen uns? Ja, John ist ein sehr guter Mann, ein sehr guter Mann, alle lieben ihn, wenn er in der Brunnen-Market in Thalierstrasse war, aber das Problem ist, dass er hier noch hier kommt und viele Leute nicht wissen, dass er hier ist. Also es ist ein guter Mann, dass die Welt, die Austria, die Vienna, die Menschen in Vienna sehen, und sie wissen, dass er momentan sehr nahe mit Brunnen-Market ist, aber nicht in der Brunnen-Market ist, aber nicht in der Brunnen-Market, aber nicht in der Brunnen-Market, sondern in der Brunnen-Market. Es ist 5.50. Ja. Wie kann es 5.50? 5.50. Ja. Du kennst, als wir hierher kamen, ich fühlte mich sehr schade, um zu kommen zuerst. Aber ich war interessiert, weil zwei Reiseer sind. Eine Reise war, um zu schauen und zu finden und zu sprechen mit dir, weil ich immer liebte, zu hören, über die Menschen und die Menschen in der Brunnen-Market, und was sie denken über die Welt. Das ist Teil meiner Arbeit. Und die zweite Sache war, dass ich hier sehen, dass ich hier alle diese Fähigkeiten habe, und ich liebe mich selbst zu essen und zu erleben. Ich war sehr glücklich, dass Sie uns Zeit gegeben haben, um uns zu sprechen und zu geben, um Ihre Meinung zu uns zu geben. Das ist das, was ich zu sagen. Wenn ich mich einfach in fronte von Ihnen und wir sprechen, dann gibt es die Möglichkeit für uns, für Sie und ich, dass wir uns zusammenarbeiten und uns zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist eine sehr gute Möglichkeit. Ja. Weil die meisten Zeit, die Menschen einfach nur auf die Seite gehen, und nicht auf die Seite schauen. Ja. Ich verstehe. Das ist das, was ich für mich sehr glücklich. Das ist die Chance für uns, zu lernen, von uns zu lernen, von uns zu lernen. Das ist die Chance für uns, von uns zu lernen, von uns zu lernen, von uns zu lernen, von uns zu lernen, von uns zu lernen. Das ist die Chance für uns, von uns zu lernen, von uns zu lernen, von uns zu lernen, von uns zu lernen. ."